So Leute, hallo und herzlich willkommen hier zu einer weiteren Ausgabe Satisfactory. Ich bin der Fanggamer, das hier wird zu groß, als dass ich es zu kurz hätte machen können, also dass ich es auf die schnelle Wachhändler könnte, deswegen möchte ich euch jetzt teilhaben lassen. Ich habe hier eine Pipeline hingelegt, auf den Bergrauf. Dahinter befinden sich drei erschlossene Kohlequellen. Hier unten befinden sich Eisengwellen und wir wollen jetzt hier noch aufbauen, zusätzlich dann eben für die Atomenergie. Gut, Verblech. Das ist ein Cutmeyer. Also Stahlrohre, Stahlrohre möchten wir machen. Blödsinn. Stahlrohre. Da brauchen wir eben Stahlbahn und die Stahlbahn werden hier hingestellt eben. So, aber ich muss jetzt einmal die Leitung legen. Und ich möchte natürlich auch schauen, dass man vielleicht hier die restliche Kohle auch nutzen kann. So, ich möchte jetzt mal die Leitung machen. Aber ich möchte dann ja nochmal zum Ort des Geschehens von der Kohle. Weiter noch immer. Soll ich jetzt noch mal wiederholen kann, was ich noch mal wiederholen kann? Soll ich noch mal wiederholen kann? Soll ich noch mal wiederholen kann? Oh shit, ich bin ein Feuer nicht da noch. Oder es ist doch eine andere Höhle. Das ist doch eine andere Höhle. Das ist doch eine andere Höhle. Oh, come on. 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 So, jetzt müssen wir uns ein bisschen orientieren. Ja, da stehen schon die Träger. Das ist doch eine andere Höhle. Oh, da steht. Oh, da steht da. Oh, da steht da. Oh, da steht da. Okay. 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 Genau, jetzt habe ich keinen Platz. Es gibt viele Fix-It-Personnel in den Bereich. Proceed with Harvest before it's too late. Was ist das? 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Das war's für heute. Der Ölmeister ist aber eigentlich da drüben. Komme ich da irgendwie rüber vielleicht? Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Da ist dann schon die Pipeline. Na gut, hoffen wir, dass es sich ausgeht. Das war's für heute. 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 und Das war's für heute. Was ist das? 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 Das wird jetzt eine Zeit lang dauern... Bis der Kohle kommt... Oder auch nicht... Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Okay... Okay... Was ist das? 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 Dann haben wir das untere Dantamme hier. Eigentlich brauche ich das obere. Ich habe das nicht mehr, aber ich habe das nicht mehr. Das war's für heute. 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 So, jetzt gehen wir mal zurück. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Gut, dann geht das ja noch abwechselnd. Das war's für heute. 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 Na, baut sie das jetzt, oder nicht? Okay. Okay. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 So ist der Strom fließt durch. Das war's für heute. Ja. Was ist da noch so? Das war's. Das war's. Das war's für heute. 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 Yes, sir. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Ich habe es für heute. Das war's für heute. I have to me, also. Ich habe es und ich habe es in den Moment. Ich habe es so sicher sein. Ich habe es jetzt zu sehen. Ja, da. Was ist das? Das war's für heute. 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 Passt aus. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Bis zum nächsten mal. Das war's für heute. Ich fahre einen Sprit da. Ich kann einen Fuzi. Ich kann einen Fuzi. Das war's für heute. Eigentlich könnte er jetzt seine Ebene drüber bauen auch. Platz genug hätte er nicht so ziemlich. Modulare Rahmen weiter. Für die Gießerei. Eventuell Rotor. Und dann werden wir auch bald wieder verstärkte Eisenplatten brauchen. Gut, perfekt ist es noch nicht. Ich habe noch nicht mehr Zeit, ich habe noch nicht mehr Zeit. Das war's für heute. 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 Nach Schritt Richtung. An Schritt Für um zwar, Schritt zurück, Santa. Das war's. 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 Das schockiert. Das war's. 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 Das war's.